Guri-Tal und das mit dem Wind hätte schon gepasst, jetzt war der andere Wind, Dialektal. Ein sehr persönlicher Text. Ich will Lehrerin werden. Ich will Lehrerin werden. Bis zu meinem 10. Lebensjahr habe ich gewählt, Lehrerin werden. So wie der Grisur, der kleine Drache, früher, wenn man gewählt wäre, habe ich gewählt, Lehrerin werden. Lehrerin wohlgemerkt, mit großen Binnen. Weil bis zu meinem 10. Lebensjahr habe ich allein Lehrerin gekannt. Und den Herrn Schulddirektor, aber mit dem war ich über Kreuz. Der war ich auf meiner Seite, vom Pfarrer gar nicht zu reden. Der Herr Schulddirektor hat mir schon von Anfang an nichts gemerkt. Leid, weil ich am Bubenklo Parisa mit Vanille, Erdbeer, Schokolade und Stracciatella-Geschmack verkauft habe. Derweil war das nicht eindeutig die Lieblingsgeschmacksorte der Zielgruppe gewesen. Zumindest, was auch so geht. Der Herr Schulddirektor nennt man ihn wegen der Frisur und weil es schneller geht, war einfach Glatzl. Der Direktor Glatzl war ein Mann von der alten Schule. Und hat sich für mich eine besondere Strafe einfallen lassen. Derweil war ja mit meiner Verkaufsidee eigentlich quasi ein Trendsetter. Halt direkt in den Automatenverkauf. Auf jeden Fall hat mir der Glatzl in den Hausordnung anschreiben oder hundertmal ein deppeter Satz schreiben lassen wie, du sollst in der großen Pause am Bubenklo keine Verhütungsmittel, egal welcher Geschmacksrichtung, verkaufen. Nein! Er hat vermutlich gewählt, meine überschüssige Energie kanalisieren und mir einen Weg der Kreativität weise. Er hat nämlich gewisse gewählt, wie er meine ganz persönliche Wunschschule ausschaut. Gut, hab ich mir gedacht, die zehn Gebote kannst du haben. Und noch bevor der nächste Hand in den Dorf dreimal gerät hat, hab ich meine zehn Schulgebote beinahmt. Ich kann mich noch gut an alle zehn Punkte erinnern. Ich habe ja auch lange Lehrerin nach meiner Regel gespielt. So lange, bis ich keine Schüler, Schülerinnen haben sich meinem Regiment sowieso in den Dorf vertraut, so lange, bis ich keine Schüler mehr gekriegt habe. Und das hat eigentlich ganz meiner Wunschschule entsprochen. Ob ich jetzt streng war, ich weiß es nicht. Ich war wahrscheinlich gewähnungsbedürftig. Aber es hatte eben niemand die närtige Standhaftigkeit kätzig an meine Methode zu gewähnen. Drill braucht Zeit, hat die Nahle habe ich gesagt. Dressur auch. Es ist noch kein Zirkusbärter vom Himmel gefallen, Haaflinger angehoren. Und wer meint, dass die Schule kein Zirkusmanage ist, der liegt sowieso wie gedruckt. Aber, um noch einmal zum kleinen Drachen Grisou zurückzukommen, ich sage jetzt, was war meine Leistung, ich sage, was war mein Löschschlauch. Natürlich ein Radstift. Was heißt da ohne? Ich habe einen ganzen Haufen gekriegt, ich habe sie alle getestet. Ich habe gewählt, welches Rad am besten zu mir passt, welches Tinte mir am besten aus dem Füllerrind, welcher Kugelschreiber für mich am besten rollt. Ich selber habe eine kurruhige Kugel geschoben als Lehrerin, war ich viel eher eine Flipperkugel, bin wild durchgegengeschossen, habe blinkt, gleitet und habe mit meiner ganz persönlichen Vorstellung gepunktet. Heint hat man sagen, mit meiner Performance. Kaum habe ich einen Radstift angesetzt, habe ich Blut gelegt. Da hat sie mich schon gepackt, die Gier. Die Korrigier. Das ist ja eine von den sieben Tatsünden für Lehrerinnen. Korrigieren ist wichtig, freilich, aber die Korrigier, die Korrigier ist ein Hund, ein Luder, ein Blaug und eine Ursucht. Ja, ich bin schwach gewesen zum Widerstehen. Alles, 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 was mir unter den Finger gekommen ist, habe ich korrigiert. Alles. Kurse, Budgets und Flusslife. Alles zu berichtigen, habe ich mich berechtigt gefühlt. Und wie ich gerade dabei war, Hand an meine Klassenlehrerin umzulegen, um ihre Windschiefe 10 zu korrigieren, ist schon wieder reingeschritten, der Direktor Glatzl. Im Nachhinein bin ich ihm ja eh dankbar, dass er mich, wie ich gerade Drahtzange ansetzen wollte, von der Lehrerin, die ich mit Schraubzwingen am Pult fixiert habe, nach der Zeit mich im Boden eingekriegt und mich mit Korrigierverbot auf Lebenszeit gegeben hat. Vielleicht wäre ich ja eh eine ganz gute Lehrerin geworden, und hätte allerhand korrigiert. Aber ich glaube, es ist besser für uns und für mich auch, dass ich dichter geworden bin und alldurch noch dichter bin. Gesundheit. Ich bin aus Kärten. Ich bin aus Kärten. Ich bin aus Kärten so viel zu sein. Ja, beim Biller bin ich jetzt draußen verraten. Die Wurstsehmer, die man richten, ja. Ja, es ist egal. Es ist eine ganz feine Sache, es ist einfach... Ja, wir sagen es ja. Es ist immer der gleiche Trott, weißt du? Semmle aufbauen, Handschauen, Wurstauber schneiden, schon kommt der erste Patient, hey! Wie die Bocken fressen sie eine, die Semmeln, ne? Ich meine, versteht es mit Furcht, gell? Ja, vom Knädel, von der Marie, vom Slote, ja. Lecker schmeckt ein Tutti lecker, da fällt sich nix, ja. Glaubst du, die möchte in 20 Jahren hucken hinter der verdreckten Schämen und in seinem gelegten Hund Käse und Gurkalehne schneiden sie immer? Na, Freunde, dieser junge Mann hat Träume, ja. Und Ambitionen und Emotionen. Lieb' ihn la vida loca. Ich meine, für jetzt, es passt, wie gesagt, aber es ist mir einfach zu wenig, weißt? Es ist... Ich brauch mehr, weißt? Ich mich... Ich mich zingern, tanzen und schreien, mich fickeln, spucken und davon ausseilen, mich die ganze Welt umarmen, sie einatmen, sie schmecken, sie gesperren. Und wenn ich diesen grausigen Gurkenlulu wasser umarmen fingern, dass der Herr und die Frau Fett ihre Semmerler wieder wirken, ja. Da setzt sich drauf, ein paar Schämen. Scheiße! Scheiße! Das nächste Gedicht, äh, ist aus einer britischen Sammlung, ist ein englisches Gedicht, äh, und wenn es erlaubt ist, möchte ich es jetzt vortragen. Es handelt sich um den Helden namens Le, Le ist der Name, und seinen Kampf gegen ein schreckliches, schreckliches Ungeheuer, halb Mann, halb Pferd, oder wie die Briten sagen, Half-Man, Half-Linger. So die King told Le, when the monster is found, don't make no sound, but the monster woke up, and Le flew round and round, and that's why Le fell on the ground. Und nun, Mysterien der Menschheit, 15.30 Uhr in Leipzig, ein verzweifelter Chihuahua, versucht aufgebracht, das Wort Rhabarber auszusprechen. Ja, was bei der L, die U-Bahn-Stationen sind, sind bei mir die Frauen. Können Sie sich vorstellen, dass die Äxte gibt, die nur das Frond bestehen? Hat die spanische Hofreitschule einen Schimmelbildungsauftrag? Brauchen blöde Menschen eine Gestalttherapie? Hat jede Garderobe an Hagen? Haben gute Architekten ihre Hausaufgaben gemacht? Haben neurotische Architekten Gebäudekomplexe? Wie schreibt man beim Gentest am besten an? Dramen Autofahrer manchmal von einer einsamen Verkehrsinsel. Reden alle Kölner mit ihrer Oberstimme? Wo machen nachts keinen Urlaub am FKK-Straut? Sind Uhren deswegen zu teuer, weil Zeit Geld ist? Was für ihre Laufmaschen haben Jogger? Sind die Griechen mit ihrem Latein wirklich am Ende? Ist für ihr Gebiss auch schon das goldene Zeitalter abgebrochen? Sprechen Sie nur mit Bob? Oder reden Sie auch mit richtigen Menschen? Welche Konfektionskreise haben Mozartkugeln? Heißt es am Fischbuffet? All you can eat. Ist jeder, der was nach ihnen aufs Klo geht, automatisch eine Thronfolger? Ein Altklasten, auch immer jung? Macht man mit Philosophen einen kurzen Denkprozess? Hat er auch Schwarzbär manchmal? Lichte Momente? Wie stehen einen Brieftrager zur Postmoderne? Haben Antialkoholiker manchmal Schnaps Ideen? Wieso brauchen Fotografen dauernd Entwicklungshilfe? Haben Dopingjäger wirklich nur Laufkundschaft? Ist Raum für Sie ein Lebenselixier? Oder eher der Fluch der Karibik? Wenn Sie Bergsteigerinnen hochschlafen, ist das nicht der Gipfel? Und wenn die Kommunikation einmal zusammengebrochen ist, wer hilft Ihnen wieder auf die Füße? Haben Sie in Ihrem Chemiekasten eine subversive Elemente? Wie gendert man Herdbild? Wenn Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, wäre es der Vater. Wenn man als Mann irrtümlich aufs Damenhäusl geht, hat man sich dann verpisst. Was ist die Steigerungsform von Defekt? De-fekter? Gibt es in Österreich eigentlich noch irgendeinen Politiker, für den die Unschützvermutung nicht gilt? Glauben Sie wirklich, dass Weihnachten ein Kindergeburtstag ist? Wenn Ihnen das Wasser schon bis zum Hals steht, warum waschen Sie sich da noch ein kleines Gesicht? Beißen auch ein Fleischfresser früher oder später mal ins Glas? Ist das Fußgehe für Sie auch ein absolutes No-Go? Hinterlassen Nesthockern bleibenden Eindruck? Was macht ein Touchscreen bei Berührungsängste? Haben Sie sich schon einmal an einer Hotline verbrennt? Bleiben schlechte Dichter unter Versfußlähmung? Ist jedes Schiff ein Auslaufmodell? Wie soll man Schwarzgeld in der Nacht erkennen? Wird Haschisch irgendwann einmal legalisiert werden? Oder ist das ein Schuss in den Ofen? Wir steigen Pfadfinder zu Umwege? Kommen Babyschafe aus dem Laminiergerät? Wenn ich atmungsaktive Unterwäsche trage, wieso halten alle die Luft an? Warum gibt es eigentlich nur YouPorn? Warum nicht auch IPorn oder WePorn oder Let's Porn together? Wie entspannt sein Regenschirm bei Schönwetter? Wird ein Drehsessel mir schwindelig? Warum steht das weiße Haus nicht in Casablanca? Stehen sexuell verklemmte Menschen nur Antikörper? Sind Busser nur Lippenbekenntnis? Und ist wirklich jeder Zungengusser Gaumenfreude? Wird die Missionarstellung auch von Atheisten praktiziert? Wann die Österreicher die Ergebnisse von der Pisa-Studie auch noch lesen könnten? War das nicht noch Ärger? Wie wollen die Piefke jemals einen Superstar finden? Sind Außerirdische manchmal nicht ein bisschen weltfremd? Wenn Gottes Müll langsam malen, ist dann ein Wunder, dass so viele Leute zum Teufel gehen. Und wenn die Zeit still steht, wie soll ich dann zu spät kommen? Womit soll ich aufhören? Wenn nicht mit einem Finalsatz? Oder hätten Sie eine andere Abschiedsvorstellung? Dankeschön!